Was geht ab? Es ist wieder Dienstag, die zweite Folge von Rocket League Rumble ist da. Wieder am Start, EXT, Skilex und Blindfish. Wir haben sehr lange gezockt und ich habe ein paar Zehen rausgeschnitten. Und ja, wir haben an dem Tag haben wir viele Eigentore geschossen und gute Tore haben wir auch geschossen. Es war wieder lustig, wie immer, weil es einfach der Rocket League Rumble Modus ist. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Bis später. Nein! Ja, komm. Was? Ja, ja. Geht der? Easy. Easy, Leute. Easy. Ja, du warst nicht. Nein, du warst nicht. Nein, du warst nicht. Ach, da hast du mal zu mitschneiden. Äh, ja, egal. Oh, Leute. La wohl! Ich glaube, es ist auch mal eine Connection. Naja, richtig. Wir holen. Rage quit? Alter, pappel, 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 pappel. Habt ihr mich gerade gehört? Nein. Ja, ich komme. Oh, oh, Pfeu. Oh, Samu. Ah, ich glaube. Oh, fuck, ich habe so lange noch weg. Ich vergesse. Oh, Marc. Ich habe. Ich habe Spikes. Ich habe Spikes. Oh, Samu. Oh, Samu. Sorry. Sorry. Nein. Nein, Samu, ich bin vor den Ball. Nein. Ich bin unterkriegt. Oh, ey, gib mir die Ball. Scheiße, what? Den hat sich komplett oben auf den Dach. Ich, ich, ich? Ja, ja. Oh, du hast mich angeschossen. Boom. Da ist er nach vorne. Nein. Oh. Nein. Aber, Blu, tschüss, dann oben rein. Was war das, Leute? Nee, heute nicht. Schön, 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 schön. Oh, wie so weit. Ich habe keinen Boost. Ich habe ihn. Oh, sorry. Oh, nice. Ja, voll. Ja, easy. Wird fast weggekickt, ne? Ich bin da rumgefahren, weil ich nur, dass ihr gesehen habt, dass ihr beide dahin fährt. Deswegen hätte ich schon links in Mainz verschießen können. Aber, wenn du mir schon mal flogen hast. War nicht so geplant, ich wollte eine Flonk machen, aber ich beschwere mich nicht. Ja, stimmt erst und so machen, wie er stimmt. Nicht schlimm. Einfach flogen zu spät. Ich bin im Tor. Ja. Ja. Und tschüss. Nein, Alter, hör doch um zu schubsen. Ich habe Pümpel. Oder? Dann Pfalz, 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 Pfalz. Oh, der hat ihn gefreezt. Nimm, nimm, nimm. Ja, genau. Ja. Oh, Pfosten. Nein. Du Dregsack. Da waren zwei Pümpel, ne? Ich habe Magnet. Dann kann ich nicht um Tor schlagen. Ja. Gut. Oh nein. Er hat den Igel. Er hat den Igel. Nein. Ah, ich kam gerade zu spät. Ich auch. Ich dachte gerade den Punching Ball, aber... Ah, mein Magnet hat da gar nichts genutzt. Oh, lol. War gerade nicht in der Range. Genau da habe ich ihn eingetessen. Ah, schade. Scheiße. Äh, Zweiter. Erster. Letzter. Nein, Scheiße. Ja, ja. Mach ihn, Dominik. Nein, der kommt. Da kommt er nicht. Kommt er nicht. Kommt nicht gut. Ey, ich hatte die... Ja! 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 Ich habe es gewusst. Ich habe es gewusst. Nein. Nein. Guck, ich habe ihn gesehen. Ich habe gedacht so, da schießt sie jetzt. Oh, mal sicher. Nein. Das war richtig schlecht. Oh, nice. Das war schön. Weiter. Letzter. Ah, ich hätte den Chippen können. Das war schön. Wieso ist der so langsam? Ja. Ey, ich bin ernst da. Fuck. Ich hatte den Handschuh. Nee, Kollege. Oh, ey. 30 Sekunden lang vom Tor weghalten, ne? Ja, ja. Und tschüss. Vielleicht machen wir uns noch schießen, vielleicht. Ja, das wäre noch besser. Oh, nee. Das war falsch. Sorry. Wie kann der mich zerstören, wenn ich die Faust habe? Nice. Wer hat den gefreezt? Schön. Schön. Oh schön. Oh komm der geht. Nein. Oh schade. Dein Auto ist vorne nicht so flach. Ja nice. Erstes Spiel gewonnen. Oh schon wieder Places. Ah erster. Zweiter. Chip. Oh. Warte den kann ich holen. Alles irgendwie. Kann ich holen ja. Easy. Das war jetzt eher eine ruhige Runde. Die Places haben immer... Oh Wallet. Die Places haben immer so einen Bug glaube ich. Und die sind immer zu spät. Das passiert sehr oft. Ich bleib tot. Erster. Erster Ballkontakt. Bitch. Gut. Alles klar. Ich hab Samuel gegen den Ball geschubst. Und ich hab Samuel nach rechts geschubst. Aufstehen mal. Yo ich werd ausgeswitcht. Ich muss diese Tasse irgendwo lassen. Weg damit. Ich hab keinen Bock auf Magnet von denen ey. Nein. Samuel. Oh fuck sorry. Mein Pümpel. Ich hab dich gar nicht bemerkt. Oh. Oh die Geschichte. Ich hab Spikes. Ich hab Dinges benutzt. Nein alter. Oh scheiße ich hab ja die Faust. Oh ne ey ey. Mann. Hat der nicht mitgezogen? Ja 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 ja. Ey. Nein. Der hat mich mitgezogen. Das ist voll unlogisch. Voll unreal gerade. Nein alter. Von da komm ich gerade. Ich hab Faust. Wann bist du weg? Ne. Alter. Aber nicht schubsen dann gerade wenn ich da bin. Sorry. Ne. Ich hab mein Ding jetzt eingesetzt. Ausdruhend. Ah du hattest im Bogen. Der Bogen hat überhaupt mal gar nichts gebracht. Der war einfach instant weg. Oh. Die haben sie nicht. Raus damit. Hol ich. Oh der geht. Nein nicht auswitchen. Ah er geht. Ja er geht trotzdem. Hauptsache ich fliege noch ins Tor ich Idiot. Pass auf. Ich hab den Typ unabhängig nach vorne sogar geschossen. Ja der hätte auch nichts machen können. Dann wäre er gesprungen oder hätte er vielleicht nach rechts schießen können oder nicht noch. Zweiter. Ja. Amol. Sorry. Ich war gerade unsicher ob ich rechtsklick oder linksklick trinken muss. Nice. Alter ja manchmal bin ich deswegen voll. Spikes Spikes Spikes. Ich hab Pumpe. Ich hab Pumpe. 1-6-0. Ah. Pull ich. Nein. Ja Wichser was hat er damit geschossen dass ich ihn nicht gekochen hab. Hat er Spikes? Ich hatte Spikes. Und ich bin unabsichtlich. Ich hab unabsichtlich ein zweites Mal nach vorne geschossen. Achso. Dumm. So. Da wollte ich eigentlich nach hinten springen aber ich hab nach vorne rechts gesprungen. Ah so. Ich muss jetzt irgendwann mal auf eine andere Taste legen. Ah. Du hast ihn nicht mehr mitgeschossen oder? Doch. Bei mir von vorne hab ich irgendwie Spikes drin. Also die ähm. Die Aktionstaste für die äh Dinger. Die stimmt. Mhm. Äh. Hab ich bei mir auch diese ähm. Auf diese. Ah. Verflucht. Auf die Lenktaste. Oh nice. Du hast mit. Du hast mit dem Tornabel reingemacht. Nein. Ich hab mit dem Tornabel reingeschossen. Pass auf. Ah ne. Der hat den Tornabel. Ich hatte Tornabel. Oh tschüss. Ah du hast ihn reingedreht. Lolol. Du hast ihn reingedreht. Teamplay. Eheh. Eheh. Erster. Zweiter. Oh. Wieso? Keine Reflexen. Daumenhaft. Den Atem. Ich hab Spikes. Nein. 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 Oh mein Gott. Ach doch. Haha. Wie du. Nein. Scheiße. Ich brauch den Ball. Oh Gott. Oh Gott. Ich dachte. Ich dachte. Ich dachte. Guck. Ich wär perfekt dahin geflogen. Arschloch. So ein Dreiskerl. So ein Dreiskerl. Erster. Wieso bin ich die ganze Zeit Erster? Oh fuck. Ja. Ja Dominik. Ja. Oh. Das gibt erstmal. Was für eine Parade. Hashtag. Was für eine Parade. Kein Problem. Schöner Dribbel. Gehst du doch. Ich geh erster. Letzter mal wieder. Oder what fuck. Nein. Sorry. War nicht auch ein Zernade. Das wäre jetzt lustig. Oh Gott. Alter. Haha. Hast du das gesehen? Ich bin extra gesprungen. Und jetzt. Nein. Ja. 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 Und nur weil du ihn noch grad irgendwie gravelt hast oder? Mhm. Ja mit Magneten. Du hast ihn mitgezogen. Ich hab ihn geschossen. Ich find den Magneten voll scheiße. Ja ich auch. Je näher bei dir ist, desto stärker ist er. Ja schon. Aber du brauchst ihn halt echt fast nie. Ja schon. Leute. Oh Gott sei Dank. Ja. 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 Ich bin viel zu langsam. Ja. Weil du lachst auf dem Boden. Ich hab's gesehen. Ja. Ich hab den Stinkstiefel. Computer Sack. Oh Scheiße. Ich bin gestorben. Ich auch. Ne. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich steh genau auf der Seite. Ich steh genau auf der Seite. Nein. Wolle. Ich geh zurück zum Tor. Ich hörte mit der Hände. Oh. 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 Das ist gut. Das ist gut. Ja. Ja. Oh nice Dominic. Ja 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 ja. Nice. Boah. Fast perfekt alter. Ich hab gedacht so dein Magneten wirst du jetzt gleich aus sein. Zack war zu meinem Weg. Nice. Ich bin stehen geblieben weil ich rückwärts dann hätte fahren müssen. Ah. Kein Alter. Letzter. 6-3. Easy. Wie bleiben muss ich hier speichern? Ey. Nein. Nein. Oh gut. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Gut dass du den berührt hast weil ich hätte den locker nochmal hinterher berührt. Ah. Nein. Ich switche. Falsche Richtung. Falsche Richtung. Falsche Richtung. Oh Gott. Ich schieß da nebenan. Drei. Zwei. Oh. Ich hätte immer drauf. Alter. Nice. Guck dir. Speichert euch das Replay und guck dir meinen letzten Treffer an. Also mein letzter Tor wo ich unabsehlich jetzt gerade nach hinten geschossen hab. Ah. Ah. Ich glaub einer von den beiden hat eine Maus geduldet. Ah nice. Ah geil. Ah geil. Ich mag das immer gut zu schreien. War noch nicht auf dem Maus. Die weihnachtliche Stimmung. Stimmung. Die weihnachtliche Stimmung hab ich noch nicht gesehen. Du musst jetzt auch noch items geben. Warnouts items. Äh. Das ist gut möglich. Wie das jetzt mal. Sammeln du es erst mal. Jo. Let's not do it. Oh. Toll. Oh. Nice. Der steht im Pfosten. Easy. Easy. Ah. Easy. Cheezy. Pass auf. Pass auf. Oh shit. Versteh ich das? Uh. Tornado. 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 Kamimado. Tornado. Kommimado. Oh no. Tornado. Oh shit daneben. Nicht dein Ernst. Ich hatte die Spikes. Meiner. Ich spawne und kicke mich. Ah fucking hell. Nein. Bist du Mike? Ja. Gut. Ich hätte nämlich auch noch die Pfosten. Oh. Oh. Aber der geht. Ja nice. He's on fire. Gute Pass. Schreiben so als wär's geplant. Ja. Hatten wir alle Faust? Oder hattest du Faust? Nee. Ich hatte auch Faust. Achso. Ich hatte Faust. Nee ich hatte auch Faust. Erster. Nein. Oh das kann. Oh nee. Ich hab Spikes. Nein. Na. Oh nee. Oh Gott. Oh Gott. Lass sie, lass sie. Nein, nein, nein. Ich hab die Spikes. Oh Mann. Immer wenn ich die Spikes hab, krieg ich nie den Ball. Oh Mann Leute. Ich wachs auch wieder daneben. Oh nein. Oh Gott. Oh Gott. Mach ihn. Einfach nur noch geradeaus. Ja ja. Oh was für ein. Was für ein Spiel. Oh Gott. Alter. Aber ganz zum Schluss hab ich gedacht, du springst jetzt lieber nochmal. Guck dir das an. Richtig in der letzten Zeit. Ah Gott. Letzter. Oh Dominik, du bist erster. Ja sorry hab ich nicht gemerkt. Schatten. Ah. Oh oh. Dann bewegt er sich natürlich. Oh no alter. Nein. Nein zu fast. Nein zu fast. Ich bin nicht genug gut hochgeflogen. Ich, 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 ich. Ah. Okay. Das war vielleicht ein bisschen zu fest. Perfekter Pass. Da ist keiner Sau. Ah jetzt kommt einer. Er ist gestorben. Oh. Oh da hat zwei Exhaler. Ich fliege hier rum. Was machen wir da? Ja das hab ich auch. Ja das hab ich auch. Ja schon aber wenn ich dann irgendwie im einfachen Gefechts zum Beispiel. Wartet Glas. Wir haben die gleiche Idee. Nein. Es ist meinsatzlos. Ah bitch. Und du guckst mal auf das Tor obwohl ich den zuerst eingesetzt habe. Klick klick. Meiner. Aber, aber meiner wär nicht reingegangen. Das war gut. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Was hattest du Samuel? Erbogen. Achso. Ähm bei mir ist zum Beispiel wenn ich jetzt irgendwie in die Kurve reingehe zum Beispiel ähm und ein bisschen unter Stress stehe dann drücke ich den Joystick ziemlich fest da rein. Ja das ist bei mir auch. Nein. Nein. Oh sorry das war falsch von mir. Ne das war auch mein Fehler. Ich hab den Magie. Nein das war mein Fehler. Guck dir das an. Ja das war ein Doppelig Fehler glaub mir. Ich hab unabsichtlich. Den Magie reingeschossen. Achso. Du hast den reingeschossen. Ich hab gedacht ich hab ein Graveling äh also so ein Pämpel aber der ist nämlich auch rot. Aber das war leider ein Punching Ball. Ich steh mir so nach vorne. Und dann zwei Tore. Ich hab Faust. Also ne ne. Einmal. Das war einmal wo der Magnet bei mir gut funktioniert. Aber das wäre. Aber das wäre. Oh man wieso kriege ich dafür keine Vorlagen. Guck dir das an. Das war eine perfekte Vorlage von mir da oben. Wie viel kann man haben da 50? Oh ja auch noch 50. Alter wo einmal wo mein Magnet funktioniert wird mir der das Tor geklaut. Also weggeschossen. Ah weggenommen. Bam. Ich hol boost. Oh ne ich wird weggeschubst. Nein 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 nein. Alter hat er mich noch weggeschubst. Alter wie behindert hab ich den gerade eingesetzt. Pass auf. Pass auf. Guck dir das an. Die zwei sind eingeflogen. Guck. Du hast dir das gepömpelt. Ja ich hab den so scheiße gepömpelt. Alter ich hätte ihn jetzt nämlich zu ihr gepömpelt und dann hat der Typ ihn hat ihn weggeschubst deswegen. Oh nein. Oh nein. Max hättest du den in der Luft nicht probiert hätte ich ihn unten sicher gehabt. Da musst du das sagen. Ja Junge ich weiß doch nicht was du hinter mir über mich fliegst. Du weißt dass ich fliege. Ja aber doch nicht von hinter mir. Ich hab keine Augen hinter mir. Oh man. Doch du kannst es mit dem rechten Joystick drücken. Dann guckst du dahin. Weihnachtsgeschenk. Limitierte Antenne. Ah was auch immer. So. Ja ich hoffe euch hat das Video gefallen. Wieder die zweite Episode Rocket League. Ähm ja mehrere werden kommen. Ich denke ich werde eine kleine Pause einlegen weil jetzt eh Feiertage sind und so. Und äh Silvester steht bevor. Und äh da wird gefeiert natürlich. Und ähm ich denke dass ich dann wieder ab Januar. Ab so sagen wir am 9. Januar wieder oder so anfange. Das werde ich dann schauen. Ihr werdet das dann sehen wenn die Videos da sind. Und ähm ja ich wünsche euch frohe Weihnachten und ein schönes neues Jahr natürlich. Bis denne. Wir sehen uns. Haut rein. Ciao.